ja ist gut siehst du ja ist gut so ok dann schickt man einen link ist schon der neue ja ich hab hier schon einen neuen geschickt ja warte ne noch nicht noch nicht jetzt hat bruder warte warte kurz dinge ich hab dich kurz aufgenommen so also bro karl im ufo karl im ufo ok ich bin raus bro ich bin raus bro ich bin raus ich bin raus ich bin raus bro ich sag ganz ehrlich Chaya ist 10 von 10 die ist geil die hat geile lippen bros forstig geil ok what the fuck was hast du den effekt tschüßlern ich bin ich bin ich hab doch kam noch nie auf autotüren gehört oder nein bruder krass sie will wissen wo ich bleibe ihr kurs aus mein fein sie ist verliebt in den g-wagg und sie ist verliebt in mein eis ich mich schon mal kathos in in die sprite schaut auf mein g in der schweiz hör auf zu reden du pussi und schick mir den standort und ich komme direkt vorbei warte mal bro warte mal kurz warte 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 erzähl erzähl mit ansage heute kommt kein krasserer track jetzt schon ja ja jetzt schon ich muss kurz die karl im brille aufziehen damit ich den weib auch besser fühlen okay boah ticker das ist so groß gesehen er hat die dunks an er hat die der hat die travis dunks an ich bin nie wieder bei der szene hier oh die ganzen kurs in die leute ich bin nicht frei an ihn vorbei alle meine feine platzen von die nächste die ist auch die 10 die ist auch sehr oder was sagst du nein ufo verkackt nicht ufo verkackt nicht ufo verkackt nicht warte mal war nie wieder broke auch karl im ufo ja ja dann gib ihm die chai ist so ne richtige zeynep oh oh merkst du das das master ist anders das mixo master ist anders der ist nicht in seinem studio er klingt wieviel dunkler aber bro ist es glaube ich dieser ufo den ich krank feier ja dann gib ihm wei und je Es ist big, so wie meine Pupillen Geile Life, Bro, ja! Es ist big wie meine Pupillen! Pupillen! Spielt einfach mal scharfen mit dir Ja, Mann! Ey, machst du Stopp, Digga! Nein, ich stopp nicht! Oh, Digga, ihr Hunde, Junge! Ja, wir gucken, ob das fertig, Digga, dann machen wir einen neuen Link! Ey, ihr Wichser! Ja, Mann! Dieser Hook ist so geil! Ja, Bruder! Ey, danke ehrlich! 1 bis 10! Der Louis V Puli, Bro, fühl ich nicht! Das ist so mäßig, als ob Oma den genäht hat, Digga! Ich weiß, das ist nicht mein Style, Digga! Die Farbe ist halt geil! Die Farbe ist cool! Ja, Mann! Ich sag dir auch ehrlich, er sagt ja auch nicht Skull an ihm vorbei, ne! Ufo hat doch damals in seinem Album auch irgendwie sowas und mein Lambo macht Skull Skull oder sowas Ja, Digga! Das hat mir nicht getaugt, aber das taugt mir! Doch, Bruder, das fand ich bei Eliante! Boah, das feiere ich nicht, Digga! Wenn du reich bist und dein Lambo Skull macht! Ja, das taugt mir gar nicht, Bro! Doch, Bruder, das fand ich cool! Einfach anders als die anderen! Ich find das cooler, Digga! Hier kommt das krass, Digga! Ja, ja! Ist du grad falsch? Video auch? Nice! Ja, Mann, das ist krass, Digga! Ja, alles gut, alles gut, alles gut! Krass, Digga! Sehr krass, sehr, sehr krass! Also, Video, muss ich sagen, 10 von 10, oder? 10 von 10! Video 10 von 10 Track, auch 10 von 10! Ich sag, ehrlich, war auch der Release, auf den ich mich am meisten gefreut habe! Und ich sag, mit Ansage, heute kommt nichts Besseres mehr! Ja, glaub ich auch, glaub ich auch! Und ich muss auch ehrlich sagen, ich muss sagen, Hook von Kalim, unnormal krass! Part aus sehr krass! Und Ufo, ich find seine Stimme ist halt bisschen dunkler als sonst! Da merkt man, dass es woanders aufgenommen wurde und anders gemixt wurde! Aber ich find das gut! Ja, wahrscheinlich bei Kalim im Studium mit einfach! Aber es taugt mir, Digga! Ja, ja! Es ist krass, es ist sehr cool! Sehr gut!